Ja, und damit herzlich willkommen zur ersten Folge von LOL Highlights. Ja, sagen wir so, in diesem Format werde ich in nicht allzu langer Länge ein Video hochladen mit den besten Szenen, was ich in LOL so bisher herbekommen habe. Und ja, heute, erste Folge, ich weiß nicht, ob das so gut jetzt ankommt, weil meine irgendwie strichend Edit-Künste nicht gerade die besten sind und mir noch ein bisschen die Kreativität dafür fehlt, beziehungsweise habe ich das jetzt in Anführungsstrichen schnell zusammengeschnitten, weil ich es doch schon für Samstag brauche. Und sagen wir so, wir haben jetzt 1.14 Uhr, ich habe gerade eben den Rest fertig geschnitten und ja, würde ich erstmal sagen, viel Spaß mit dem Video. Oh no 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 no. All ich konnte... Alles klar, Danny, mach mal! Ja, Danny. Ja, Danny. Okay. Viel Spaß, Toplane. Hahaha Have fun Danny will have my triple kill of bot lane up Scheiße Malberg, ist egal, Danny hat 3 kills Nein, Kollege geht weg Face checker nie, ein Busch gegen eine Sona Ne, haben wir grad gelernt, ist nicht gut Leute, ich hab grad gefehlt, ich hab zu viele Tower Shots bekommen Ja, auf jeden Fall Good Gank Nice How to Gank, Szechuani How to Gank, Szechuani Lauf on the lane, make a jump nach vorne und go wieder weg English with Patty Richtig Pfff Komm, lass uns was abholen Los Amomo, Flash, Q Den gönn ich mir Flash What the f- Hahahaha Was ist das für eine Q Ich sag doch, der wacht mich im Kopf Scheiße Junge, der ist ja geboostet, der Junge Pisa Pisa Puh Der ist von, der ist von wo, von wo in France geboostet worden Hahahaha 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 Sorry aber Hahahaha 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 Ist geflasht Hahahaha Hahahaha Okay Okay, ich nehm's zurück, ich nehm's zurück, ich nehm's zurück Ich nehm's zurück, der Braum ist geil Der Braum kann geile Ultimates setzen Was? Keiner oder kann? Kann geile Ultimates setzen Ah Fass Mach grad die Eier, aber wirklich Spaß machen, ne? Was für Spaß, Mann? Einfach gleich toxik hier werden Geht getoxikt Ne, ist ungesund Mel, mach doch Schaden an ihr! Alter Du fixst ihn, ne? Du fixst ihn, Jenna Ich hab kein Ding Das hat Damage gemacht Ne, ich brauche Kairo Er hat schon wieder geflit Mann Komm B*** Steh Okay Ja, flasht you Ich dachte, er hätte vorhin schon geflasht, nein Ich brauche, bin hässig und stinkgedacht Karotten scheiße, Mann Karotten scheiße Ja, du bist doch der Hase Ich bin Leona Main, hab ich doch gesagt Glaub mir hier irgendjemand mal zu Du bist ein Main-Owner Bist ein Main-Owner Nein, die bleibt nicht stehen Aber wenn da jetzt ein Rocket, wenn da jetzt ein Jigs Rocket kommt, da ich Na, was kam da? Na, was kam da? Der Hase Der Hase Der Hase Der Hase Der Hase Komm, gib ihm Kannst du ihn Sloan irgendwie? Ne, ne? Nein! Die stirbt, die stirbt, die stirbt Alter Äh Äh Ups Oh Bin ein bisschen am verrecken, glaube ich Ich komme mal dahin Ja Da bin ich wieder old up Und nice old MF MF, du stirbst gleich Auf dies Der hat ihn erst stirbt Komm, der stirbt doch, man! Stirb doch! Jaaaaa Und jetzt killstack My mind's tellin' me no But my body, my body's tellin' me yeah WTF, komm doch ran, du Sohn! Alter, ich bin mit der Kier in den Hurricane gesprungen, sagst du nicht? Ja Sonst hätte ich die bekommen Tornado, tot Schön Das war schön Ja, das sind wir leider schon am Ende der heutigen, bzw. der ersten LOL-Highlights-Folge Wenn's euch gefallen hat, wär's saunice von euch, wenn ihr einen Daumen nach oben da lassen könnt Und ja, dann würde ich sagen, könnt ihr euch freue oder nicht freuen, ich weiß es nicht Nächste Woche, wenn's gut läuft, auf eine weitere Folge von LOL-Highlights Macht's gut und bis dann! Und 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 Und